Hallo, heute machen wir Orangenmarmelade mit nur drei Zutaten. So, wie du siehst, habe ich mir hier schon alles vorbereitet. Die Orangen und die unbehandelten Zitronen, also quasi Bio, habe ich bereits heiß abgewaschen. Hier habe ich auch schon fertig abgewogen meinen Gelierzucker. Und dann starten wir als erstes damit, unsere Orangen und auch Zitrone vorzubereiten. Je nachdem, wie viel Orangen-Schale du am Ende in deiner Marmelade brauchst, je mehr legst du zur Seite. Mir reicht in dem Fall jetzt hier eine, das heißt, ich suche mir die raus, die die schönste Schale hat, und lege mir die jetzt erstmal hier zur Seite. Die anderen einfach erstmal in der Mitte halbieren. Das ist super, wenn die wenig Kerne haben, weil die Kerne sollten natürlich nicht in der Marmelade drin sein. Deswegen jetzt hier erstmal die Kerne aus der Frucht rausmachen. Am besten auf dem Zeh war, dann hast du es wie immer direkt gleich sauber. Das machen wir jetzt erstmal mit allen. So, jetzt erstmal mit einer Saftpresse auspressen. Da kommen jetzt auch nochmal die Kerne raus, falls zur Not noch welche drin sind. So kannst du sicher gehen, dass du am Ende keine Kerne in deiner Marmelade hast. Und das machst du jetzt erstmal mit allen Früchten, außer mit der, wo du die Schale in den Topf mit reinmachen möchtest. Und jetzt den Saft und das Fruchtfleisch mit in den Topf hineingeben. Das gerne auch nochmal mit deinem Wasser, was später mit hineinkommt, ausschwenken, damit wir hier nichts vom Geschmack verschwenden. Dann ist das auch schon fast wieder sauber. So, jetzt haben wir hier noch die Orange. Die wir mit Schale drin haben wollen später. Die halbiere ich jetzt erstmal. Hier sehe ich jetzt noch keine Kerne, aber wenn ich es anfange zu schneiden, werden hier mit Sicherheit auch noch ein paar Kerne auftauchen. Das Vorderteil schneide ich erstmal ganz dünn ab. Das mache ich jetzt persönlich hier nochmal in ganz kleine Streifen, weil ich es später nicht so dicke und viel Schale haben möchte. Also möglichst dünn schneiden. Vorsichtig mit den Fingern. Und so schneidest du jetzt erstmal die gesamten Orangen, die du mit Schale drin haben möchtest, in ganz, ganz dünne Scheiben. Ja, die müssen nicht schön aussehen, weil die sowieso später mit verkochen. Und wenn so ein Kern zwischendrin kommt, als erstes den Kern weg, dass du den nicht auch noch klein schneidest. Und dann geht es gleich weiter. So, die mache ich hier nochmal ein bisschen kleiner. Meistens mache ich den ersten Teil in Hälften und den anderen viertel ich dann nochmal. Ist ja kein Kern, ist echt super. Um dann hier auch nochmal ein bisschen kleinere Scheibchen zu haben. Auch ganz dünn schneiden. So, und jetzt, wenn du alles fertig geschnitten hast, in der Größe, die für dich passt, gibst du dies auch noch mit in dein Wasser hinein. So, das ist jetzt nochmal leicht hier einrühren. So, jetzt deinen Herd einschalten und bei geschlossenem Deckel für 40 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Kochzeit ist in 10 Minuten um. Daher am besten jetzt deine Gläser sterilisieren. Mit kochendem Wasser einfach die Gläser ausschütten. Ich mache das Wasser meistens mit einem Teekocher einfach heiß. Fülle das in die Gläser direkt im Waschbecken und dort wieder raus. Vorsichtig sein, damit du dich nicht verbrennst. Und wenn du dann soweit bist, machen wir direkt weiter. So, unsere Kochzeit ist um. Ich habe hier auch schon alles vorbereitet. Dann als erstes hier den Deckel abheben. Das riecht auf jeden Fall schon mega orangig. So, hier ist jetzt bereits alles vorbereitet. Die Kochzeit ist jetzt um. Von daher den Deckel erstmal zur Seite legen. Dann nehme ich als erstes den Sieb. Du kannst auch einen anderen, groberen Sieb nehmen, wenn du so einen nicht zur Hand hast. Dort mache ich jetzt die orangenen Stücke, die halbiert sind, quasi nicht geschnitten sind, rein. Und drücke die quasi nochmal dorthin gehend aus, indem du die am Rand so ein bisschen lang schleifst. Ja, weil wir wollen ja nichts verschwenden. Also hier quasi nochmal schön das Fruchtfleisch am Rand deines Siebs entlangstreichen. Von daher vielleicht nicht gleich drei auf einmal rein tun, so wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, sondern schön einzeln. So, wenn die Schale fertig ist, wie immer auf dem Zeh war, damit du keinen Dreck hast. Ich nehme die jetzt hier nochmal raus. So, und so jetzt jedes einzelne so erstmal ausschaben, damit wir alles von unserer Orange rausgeholt haben. So, das kann dann schon direkt wieder weg. Jetzt nochmal den Rest aus dem Sieb rausschaben. So kannst du jetzt direkt weitermachen. Ich püriere das allerdings noch ein bisschen, weil mir sind die Stücke jetzt hier doch noch ein bisschen zu groß. Dabei darauf achten, dass du den Kopf schön rein tust, damit du dich jetzt nicht verbrennst, weil es spritzt. So, reicht schon. Wie gesagt, es geht ja nur darum, falls du Stücke da drin hast, die dir zu groß sind, die jetzt nochmal ein bisschen kleiner zu machen. Jetzt kannst du den Topf auch schon direkt wieder ein bisschen höher stellen. Als nächstes rührst du deinen Gelierzucker in diese Flüssigkeit hinein. Am besten mit einem Schneebesen. Und das jetzt nochmal aufkochen lassen. So, und hier siehst du es jetzt schon. Ich hoffe, du siehst es auch, dass es so leicht anfängt zu blubbern. Und das jetzt unter ständigem Rühren drei bis fünf Minuten lang kochen lassen. Und dann machen wir direkt die Gelierprobe, ob unsere Flüssigkeit auch fest wird, zu einer schönen Marmelade, bevor es weitergeht. So, bevor du aufhörst zu rühren, den Herd ausschalten. Und noch einen Moment lang weiterrühren, damit es nicht spritzt in dem Moment, wo du aufhörst und du dich nicht verbrennst. So, jetzt wo es soweit fertig ist, hier einfach mal so entweder einen Löffel oder einen Teigschaber nehmen. So einen Tropfen da drauf auf den Teller. Und leicht zur Seite halten. Und dann siehst du hier, das ist die Gelierprobe. Wenn es nicht mehr zerfließt, dann ist deine Marmelade soweit bereit, in die Gläser abgefüllt zu werden. Hierzu nehme ich meistens den Messbecher als Hilfe, weil ich das ein bisschen einfacher finde, den da rauszuschwenken, wie es aus dem Topf zu holen. Ich kippe das Ganze hier jetzt erstmal in diesen Messbecher hinein. Den habe ich natürlich auch vorher mit heißem Wasser ausgeschwenkt. Hier auch nochmal schön mit dem Teigschaber alles rausholen. Und dann füllst du einfach deine bereits sterilisierten Gläser damit. Und dann ist hier unsere fertige Orangenmarmelade. Viel Spaß beim Nachwachen. Und damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.